Das neue Siedler ist da, aber es gab keine Testversionen vor Release und deswegen gibt's auch noch keine Tests. Nachdem ich jetzt drei Tage auf meinem Twitch-Kanal gespielt habe, habe ich auch eine ungefähre Idee warum, denn das Ding ist leider in einem ziemlich maroden Zustand erschienen. Es stürzt regelmäßig ab und der Multiplayer lässt kaum eine Partie zu Ende spielen, ohne dass ein Spieler die Verbindung verliert. Umso mehr wollten wir euch jetzt schon mal einen Ersteindruck zum Spiel geben. Das ist wie gesagt noch nicht der finale Test. Ich habe zum Beispiel die Kampagne noch nicht durchgespielt, aber es war uns dennoch wichtig, euch so bald wie möglich eine erste Einschätzung zu geben, denn das Ding hat ja eine lange Geschichte. Es wurde viel noch gearbeitet nach der katastrophalen Beta und es erscheint für 60 Euro. Also stehen viele Fragen im Raum. Allen voran haben denn die Verbesserungen, die Ubisoft noch vorgenommen hat, seit der Beta-Version gefruchtet. Und das gucken wir uns jetzt mal ein wenig näher an. Und tatsächlich ist der marode Release-Zustand ziemlich schade, weil man darunter doch merkt, dass einige Gameplay-Verbesserungen gemacht wurden, die sogar in die richtige Richtung gehen. Zum Beispiel sind Produktionsketten jetzt ein ganzes Stück wichtiger geworden, weil Nahrung umfangreicher gestaltet wurde. Die Brotproduktion hat jetzt tatsächlich einen Sinn im Spiel. Sie kann jetzt benutzt werden, um Kohlebergwerke zu boosten, was eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel ist. Und die Fleischproduktion erfordert jetzt immerhin Getreide für die Tierbauernhöfe, statt dass die einfach aus dem Nichts erschaffen werden. Das sind immer noch keine so umfangreichen Produktionsketten wie in vorherigen Siedlern, wo dann die Tiere auch noch zur Schlachterei gebracht werden mussten und auch noch Wasser notwendig war. Aber es ist ein merklicher Schritt in die richtige Richtung und dadurch wird es auch wichtiger, ein gutes Straßennetzwerk zu planen und die Logistik mit Eselskarren und mit Steinwegen aufzurüsten, weil sonst tatsächlich deine Siedlung bei zu vielen Warenketten irgendwann zum Erliegen kommt. Da steckt also jetzt tatsächlich um einiges mehr potenzieller Aufbauspaß und Wuselfaktor drin, als noch in der Beta damals, wo das fast komplett abwesend war. Und das ist erst mal lobenswert. Aber nach all der Entwicklungszeit und nach einem Jahr extra, um auf das Feedback aus der Beta einzugehen, fühlt es sich bizarrerweise immer noch nicht zu Ende gedacht und zu Ende entwickelt an. Weder vom Konzept her noch vom Inhalt, der hier für 60 Euro geboten wird. Und das beste Beispiel dafür ist eine Mission in der Mitte der Kampagne, wo ich zum ersten Mal dachte, ey, das ist ja vielleicht doch gar nicht so blöd, wie ich Untergangsprediger hier die ganze Zeit prophezeit habe. Da hat man nämlich nahe seiner Siedlung keine Eisen und Kohle vorkommen zum Staat, dafür aber Gold. Und man wird von zwei Seiten angegriffen. Man muss sich also das Gold sichern, sich in zwei Richtungen verteidigen und mit Handel die Ressourcen sich holen, die man nicht selbst endlos abbauen kann. Und das fand ich erst mal tatsächlich eine spannende Herausforderung. Ich habe mich dann entschieden, Eselstycoon zu werden. Ich habe haufenweise Eselsfarmen gebaut, weil das eine teure Ressource auf dem Markt ist und die verkauft, um mir Waffen zu kaufen, um mir Edelsteine für Magiereinheiten zu kaufen, um mir Steine zu kaufen, nachdem das Vorkommen erschöpft war und so meine Siedlung am Laufen zu halten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass all dieses aufwendige Siedeln irgendwie mehr war, als das Spiel, glaube ich, dachte oder wollte, dass ich hier tue und es komplett überflüssig war. Denn sobald ich mal ein paar Türme hatte in die beiden Angriffsrichtungen, haben die Angriffe auf einmal fast komplett aufgehört und es wurden keine Wellen mehr gespawnt und ich brauchte überhaupt keine Verteidigung mehr. Und dann bin ich mit meiner Armee ausgezogen in die gegnerischen Lager und habe gemerkt, da sitzt überhaupt keine KI drin, die Truppen baut und gegen mich schickt. Es wurden am Anfang wohl geskriptet, ein paar Soldaten gespawnt und im Lager standen jetzt ein paar Türme rum und haufenweise untätige Träger, weil nicht mal irgendwie ein aktives Dorf simuliert wurde. Dann habe ich die Lagerhäuser abgefackelt und dann ist das ganze Dorf inklusive Träger einfach verpufft, verschwunden. Und ich bin mit meiner unaufhaltsamen Armee von einem Ende der Karte zum anderen gerollt und habe drei extrem banale Storysequenzen abgeklappert. Und das, nachdem ich gerade dachte, ey, cooles Missionsdesign, hier wird tatsächlich mal was aus der Spielmechanik rausgeholt. Ich werde ermutigt, andere Mechaniken wie den Handel zu benutzen, umzudenken. Und als ich das gemacht habe, hat es wirklich Spaß gemacht. Wenn das Spiel das häufiger voraussetzen würde und vielleicht tut es das in der zweiten Hälfte der Kampagne auch noch ein bisschen mehr, aber dass es halt in der ersten so gut wie gar nicht passiert, ist halt auch schon wirklich viel verspendete Spielzeit, die man da reinsteckt, ist halt nicht optimal. Mal abgesehen davon, dass die Kampagne auch sonst wirklich nicht sonderlich spannend ist. Also klar, Siedler ist jetzt kein Story Spiel. Habe ich nie erwartet. Aber es ist schon wirklich überraschend belanglos. Wir sind irgendwelche Typen, die aus irgendeinem Königreich von irgendeinem Militärputsch gegen irgendeinen König vertrieben wurden und jetzt irgendeine neue Heimat finden wollen, dabei aber von irgendwelchen Banditen auf Schritt und Tritt verfolgt werden und nebenbei irgendwo auch noch ihre Vorfahren wiederfinden wollen. Die Cutscenes wirken erst mal tatsächlich nett gemacht, bis du merkst, dass es wirklich in jeder Mission immer die gleichen paar Nasen sind, die um den gleichen Kartentisch rumstehen und sich gegenseitig ihr Leid klagen, wie schlimm sie alle dran sind. Es ist wirklich sehr schnell, sehr langweilig und sehr belanglos geworden und weit weg vom Charme zum Beispiel eines Siedler 3 und dieser Öffnungszeichentricksequenz mit den dekadenten Göttern oben oder auch eines Siedler 7, das tatsächlich sowas wie einen coolen Storyplottwist mal drin hatte. Kommt vielleicht hier auch noch, wie gesagt, Kampagne noch nicht durch, aber wirkt bislang echt nicht so und motiviert auch nicht wirklich zum Durchspielen, weder spielerisch noch von der Story. Vor allem aber zeigt diese Mission, von der ich gerade erzählt habe, das Grundproblem des neuen Siedler, dass es immer noch nicht gelöst hat, dass es irgendwie gleichzeitig ein cooles Multiplayer-ATS und ein cooles Aufbau-Siedler-Spiel sein will und es tatsächlich hinkriegt, dass diese beiden Dinge sich irgendwie so gegenseitig aufheben, dass es keins von beiden ist, was ja nicht optimal ist und trotz Verbesserungen in beiden Bereichen, es gibt ein bisschen mehr Einheiten, es gibt ein bisschen mehr Gebäudeketten und so, trotz Verbesserungen wurde dieses Ziel einfach nicht erreicht. Der ATS-Part krankt vor allem daran, dass er einfach nicht tief genug ist. Es gibt viel zu wenige Einheiten und Strategien, die Schlachten sind zu langsam, oft auch relativ klein und unspektakulär und die Einheitensteuerung viel zu unpräzise, als dass du wirklich richtig coole Manöver ausführen könntest. Diese Dynamik von Schachzug und Konterschachzug, oh, ich hab gescoutet, er geht auf Bogenschützen, konter ich mit Rittern und so weiter und so, dann macht der andere Landsträger, das fehlt halt komplett, weil es dafür überhaupt nicht die Einheitenvielfalt und die strategischen Optionen gibt. Also was ein gutes ATS ausmacht, fehlt hier einfach komplett. Im Singleplayer läuft jeder Angriff auf die gleiche, unglaublich banale Art und Weise ab. Die KI hat höchstwahrscheinlich Türme gebaut oder hingesetzt bekommen und oft davor noch eine Soldatenattrappe, die deine Einheiten dazu zwingt, sie mit einem Tornd anzugreifen, weil deine Einheiten immer darauf hereinfallen, wenn man ihnen ein paar Soldatenstatuen vorsetzt. Und dann hat der Turm noch eine aktive Fähigkeit, wo er im Kreis um sich herum einen Maschinengewehr Pfeilhagel feuert. Diese beiden Gebäude und Fähigkeiten wirken nicht nur absolut albern, sie erfordern auch extrem strategisch langweiliges Konterplay, nämlich immer einen Soldaten vorschicken, damit der beide Fähigkeiten auslöst, weil die KI die immer sofort auslöst, wenn ein Gegner in die Nähe kommt. Dann warten, bis die abgeklungen sind und dann mit allen Soldaten reinrollen. Das ist, wie du tatsächlich extrem viele Kämpfe in der Kampagne und im KI-Skirmisch gewinnst. Spaß macht es nicht wirklich und strategisch interessant ist es auch nicht. Man merkt die undurchdachte Mechanik sehr daran, mit welchen halbgaren Lösungen sie versucht haben, Probleme aus der Beta zu beheben. In der Beta konnte man den Gegner extrem leicht wegrushen und seine Ingenieure vernichten, sodass er dann komplett handlungsunfähig wurde. Das wurde jetzt auf den Skirmish-Maps dadurch gelöst, dass auf jedem Weg zum Feind neutrale Banditenlager stehen, durch die man sich erst durchkämpfen muss. Was eine komplette Überreaktion in die Anrichtung ist, weil auf einmal gibt es überhaupt keine Dynamik mehr und überhaupt keine frühe Aggression und stattdessen läuft jede Partie so ab, dass sich beide Seiten Schritt für Schritt durch diese KI-Lager kämpfen, langsam, langsam, langsam und halt der gewinnt, der schneller mit mehr Soldaten beim Gegner ist. Was gegen die Skirmish-KI übrigens unglaublich einfach ist. In meinem ersten 1v1-Skirmish habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich bin ja mega langsam hier, ich muss echt noch irgendwie meine Produktionsketten optimieren, das bestimmt ist die KI schon viel weiter als ich. Und als ich bei ihr angekommen bin, hatte sie mir extrem wenig entgegenzusetzen und ich habe sie platt gemacht und damit ist die Herausforderung auch durch, was den normalen Skirmish angeht, denn Schwierigkeitsgrade oder sowas gibt es auch nicht. Also hat sich wirklich nicht sehr spannend gespielt und zeigt auch, ein wenig die tiefergehenden Probleme, dass es halt hier keine robuste Spielmechanik gibt, die zum Beispiel Rushes, aber auch Verteidigung gegen die Rushes und dann ein organisches Lategame erlaubt, so wie ein Age of Empires, wo du ja auch früh mit Rammen rübergehen kannst und dem Gegner richtig Probleme machen kannst, aber wo es dafür dann wiederum Gegenmaßnahmen gibt und auch natürliche Schutzmechanismen wie ein Dorfzentrum, das schießen kann und so. Hier hat man sich halt für die simpelste Lösung entschieden, okay, dann muss man halt erst durch diese ganzen Banditenlager durch und dadurch in die andere Richtung ein extrem unspannendes Spielkonzept geschaffen. Und all das schlägt sich dann auch auf den Aufbaupart nieder, denn man muss extrem wenig bauen. Selbst Nahrung ist komplett optional, weil sie nur dazu dient, Produktionsketten zu beschleunigen, also den Output zu verdoppeln und sie nirgends dringend gebraucht wird, außer später mal bei der Forschung, die man aber auch nicht wirklich braucht. Denn wie gesagt, gegen die KI und in bislang allen Kampagnenmissionen, die ich gespielt habe, reicht es tatsächlich einfach aus, ein Waffenvorkommen, also ein Kohle- und Erzfeld zu erschließen, daraus Waffen zu produzieren und mit den Standardsoldaten zum Gegner zu rollen. Das heißt, man hat auch immer so ein bisschen Downtime, wo man wartet, bis genug Waffen produziert sind. Ich habe tatsächlich dann immer so aus Prinzip die Nahrung doch noch gebaut, weil ich halt gerne baue. Bin mir nicht sicher, ob sie vielleicht im Multiplayer noch notwendiger wird, denn der Multiplayer, wie gesagt, ich habe es mehrfach probiert und konnte keine Partie zu Ende spielen, deswegen kann ich noch nicht abschätzen, wie das Metagame sich dort entwickelt. Ich würde ehrlich gesagt vermuten, es wird da auch so laufen, dass es eher darum geht, möglichst schnell mit möglichst vielen Standardsoldaten beim Gegner zu sein, als dass man da wirklich noch tief ins Late Game geht und alles erforscht und alle Warenketten baut und so. Ist jetzt aber nur eine Vermutung, wie gesagt, im Singleplayer jedenfalls ist es halt wirklich so und das führt dazu, dass dieser typische Siedler-Schaffensdrang überhaupt nie aufkommt. Und für mich ist das Kernproblem darin zusammengefasst, dass in jedem Siedler, das ich bislang mochte, ich nie genug Bauplatz haben konnte. Bauplatz war immer das Problem. Ich wollte alles vollbauen und das Schönste, was man finden konnte, der schönste Anblick war eine weite, offene Wiese vor dir, die du in Besitz genommen hast, wo du sofort, oh, da kann ich ja, Gott, da passen ja drei Farmen hin oder endlich meine Tierproduktion und endlich noch diese Warenkette oder noch mehr. Und hier ist es so, ja, ich hab noch Bauplatz, aber ich hab doch meine Waffenproduktion auf meinem einen Erzfeld schon und passt doch, reicht doch. Deswegen kommt diese Siegellust, kommt nie wirklich auf, zumal auch tiefere Spielmechaniken dabei fehlen. Zum Beispiel gibt es keine Möglichkeit, bestimmte Waren oder Baustellen zu priorisieren, was immer wieder dazu führt, dass du vielleicht, wenn du grad mal ein bisschen verpennt hast, ausreichend Trägernachschub zu besorgen, was auch klar dann dein Fehler ist, aber dann hast du Träger, die irgendwie immer noch Nahrung durch die Gegend karren, während deine Wohnhausbaustellen mit dem dringend benötigten Stein und Holz ewig nicht beliefert werden, weil die Träger andere Sachen für wichtiger halten und du hast nicht wirklich eine Möglichkeit einzugreifen, außer unglaublich viele Sachen alle einzeln zu pausieren, damit Träger frei werden. Einfach sagen, hier, das ist gerade wichtig. Bitte jetzt Holz und Stein vor allem anderen oder diese Baustelle vor allem anderen. Essentielle Aufbaumechaniken fehlen hier einfach und dazu kommen auch immer wieder Bugs, wie zum Beispiel eine komplett verhakte Trägerwarteschlange, die sich bei mir mal am Hafen gebildet hat, die ich dann lösen musste, indem ich die Straße abgerissen habe. Weil ohne Straße ging die Wegfindung auf einmal. Mit Straße sind sie alle auf der Straße gestanden und haben sich beschwert. Was wiederum tatsächlich darauf hindeutet, dass auch an einige dieser Stellen dieses Spiels richtig viel Detailliebe reingeflossen ist. Das macht es umso trauriger, dass das Endprodukt einfach irgendwie nicht zusammengekommen ist, weil du siehst dann, wie diese Träger im Stau wütend sind. Die sind da extra animiert. Die Grafik allgemein ist fantastisch. Also es stecken coole Sachen in diesem Spiel. Aber das Spiel steht sich immer wieder selbst im Wege. Und selbst wenn man sich entscheidet, einfach aus Lust und Laune, ich muss nicht, aber ich will, richtig schön ausgiebig siedeln, dann kann ich das nicht, weil ich extrem schnell, schon bevor ich eine Zwei-Spieler-Karte zur Hälfte zugebaut habe, an das 500-Siedler-Bevölkerungslimit stoße. Das Spiel ist fundamental nicht auf ausgiebiges Siedeln ausgelegt. Im Kern seiner Spielmechanik. Erlaubt es dir das nicht. Was so schade ist. Dadurch sind auch die Armeen nicht riesig. Also an keiner Ecke kannst du mal so vom Leder ziehen, wie du möchtest. Wo auch das sehr bizarre Pacing nicht hilft. Das ich ehrlich gesagt schwer beschreiben kann, weil du baust gar nicht so viel. Es dauert aber gefühlt oft länger, als es sollte, sodass es sich irgendwie trotzdem zäh anfühlt, obwohl du gleichzeitig das Gefühl hast, es will eigentlich ein bisschen schnelleres Spiel sein. Und von der reinen Zeit her ist es das vielleicht auch. Aber trotzdem hast du dabei nicht das Gefühl eines Spielflusses. Ich glaube, wie gesagt, es liegt an diesem mangelnden Schaffensdrang, der dich die Zeit vergessen lässt und der dich vorantreibt, dass du immer was Neues zu tun hast, während andere Produktionsketten anlaufen. Dieses Gefühl, das du in früheren Siedlern halt immer hattest, das fehlt hier. Und dadurch fühlt es sich langsamer an, als es müsste oder sollte, obwohl ja ein Siedler eigentlich langsam sein darf. Es muss ja nicht schnell sein. Aber es fühlt sich träge an. Es ist sehr komisch, in Worte zu fassen, wie sie das irgendwie hingekriegt haben. Und deswegen ist wirklich sehr selten eine Herausforderung, aber sehr selten auch entspanntes Siedeln irgendwie. Also beides ist nicht vollkommen da. Die einzig echte Herausforderung, die ich bislang gesehen habe im Spiel, ist der Extremmodus, wo du unter bestimmten extra harten Bedingungen siedeln musst. Die machen aber nicht so wirklich Spaß. Vielleicht bin ich zu hart, aber es gibt zum Beispiel, das sind Missionen, die auch regelmäßig rotieren. Und eine davon ist zum Beispiel, dass nach ein paar Minuten schrittweise deine Gebäudebauoptionen deaktiviert werden. Du kannst dann erst keine Gildenhalle und keinen Werkzeugmacher mehr bauen nach drei Minuten. Nach sieben Minuten auch keine Minen und keine Wohnhäuser mehr. Und musst sie dann an so Statuen reaktivieren. Was auf dem Papier irgendwie nach einer spannenden Herausforderung klingt, aber in der Praxis nur auf die Nerven geht, ehrlich gesagt. Und so will ich doch nicht Siedler spielen. Dass meine Gebäude deaktiviert werden und ich immer weniger bauen kann. Also das mögen andere Leute spannend finden, räume ich offen ein. Für mich war es nichts. Deswegen auch das hat mich nicht abgeholt. Und selbst mit Extremmodus eingerechnet kommt noch dazu, dass einfach vor allem für ein 60-Euro-Vollpreisspiel essentielle Inhalte fehlen. Zum Beispiel, es gibt ja auch 2v2 und 4v4. Die kannst du aber nicht im Singleplayer spielen. Du kannst gegen die KI spielen, aber nur mit anderen Spielern dann. Du kannst keine KI-Verbündeten einstellen. Was jedes ATS seit 20 Jahren kann. Irgendwie. Und du hast auch keine direkte Karten. Du kannst nicht direkt die Map auswählen. Es gibt ein unglaublich umständliches Menü, wo du fürs Matchmaking jede einzelne Map aktivieren oder deaktivieren kannst. Und wenn du bestimmte spielen willst, musst du alle im Singleplayer auch, wie gesagt, nicht im Singleplayer auch, musst du alle Maps in diesem Menü deaktivieren, die du nicht willst. Und die eine aktiviert lassen, die du magst. Das ist der einzige Weg wieder. Wer denkt sich denn so ein Interface aus? Also da muss man, da muss sich halt wirklich den, also Kopf, Stirn und so, Hand, Stirn, sorry. Ich weiß nicht. Also das halt in einem Spiel, wo auch Speichern erst auf Beta-Feedback hin reingepatcht wurde. Und dann kommt noch dazu, dass der Multiplayer auch noch gar nicht funktioniert. Und das, wie gesagt, in einem 60-Euro-Vollpreisspiel. Einem 60-Euro-Vollpreisspiel mit Echtgeld-Shop. Ich bin aber ehrlich, der Echtgeld-Shop hat mich gar nicht so gestört. Der ist tatsächlich vergleichsweise harmlos. Du zahlst zum Beispiel 3 Euro für einen Grenzstein-Skin. Das ist nicht so teuer, wie ich befürchtet hatte. Es ist aber trotzdem albern, dass es Grenzstein-Skins überhaupt gibt. Und der Shop bedient sich doch einiger nerviger Tricks aus dem Handbuch der dreisten Echtgeld-Shops. Du kannst natürlich die Echtgeld-Währung nicht in den Paketen direkt kaufen, die du bräuchtest. Es gibt zum Beispiel kein 3-Euro-Paket. Es gibt mindestens 4,99. Es gibt eine Ingame-Währung, die du dir extrem knausrig verdienst. Du brauchst 30.000 für einen Grenzstein-Skin und Extrem-Modus. Ein Sieg bringt dir 200 bis 400. Und der Shop-Inhalt rotiert auch noch regelmäßig. Also es werden hier Tricks benutzt. Es ist aber alles kosmetisch. Und ich glaube ehrlich, man kann den Shop komplett ignorieren. Es wird dir nichts fehlen. Also so fair muss man sein. Es ist trotzdem irgendwie aus Prinzip ein komischer Beigeschmack in einem 60-Euro-Spiel, das mit Abstürzen und kaputtem Multiplayer und essentiellen fehlenden Features erscheint. Direkt ein Shop zum Launch am Start ist. Aber der Fairness halber, ich meine, das ist halt Gaming heutzutage. Ich mag's auch nicht. Aber hey, wir kommen in der modernen Zeit. Unterm Strich muss man tatsächlich aber noch mal festhalten, es gibt Momente, wo der Siedelspaß aufkommt in diesem Spiel. Es ist, es macht durchaus Spaß, so die ersten Produktionsketten zu bauen, wenn es nicht so schnell so eintönig werden wird und so schnell alles gesehen hättest. Das Spiel sieht toll aus. Ich mag sogar das Hexfeld puzzeln, die Gebäude ineinander zu schieben. Und man hat das Gefühl, es war nach dem Beta-Feedback auf dem richtigen Weg. Es wurden Sachen eingefügt, die sich die Fans gewünscht haben, wenn auch nicht immer so, wie sie sich die gewünscht haben. Es gibt einen Förster zum Beispiel jetzt, aber der pflanzt keine Bäume. Der ist einfach ein Gebäude, das wie ein Holzfäller funktioniert, der keine Bäume braucht, also der Bäume aus dem Nichts produziert. Trotzdem, im Grund wurde auf die Fans gehört und man hat das Gefühl, wenn das jetzt eine Beta wäre und nicht der Vollpreise ließ und man noch ein bisschen weiter dann arbeiten würde, dann könnte es durchaus noch so ein nettes ATS-Aufbauspiel-Hybrid-Ding werden. Viele der Schwächen sind durchaus ausbügelbar. Man kann aber auch irgendwo verstehen, dass nach all dieser Zeit, dass irgendwann Ubisoft die Reißleine ziehen musste und das Ding halt mal erscheinen muss. Und wir werden nie wissen, was da hinter den Kulissen schief lief, dass die Vision irgendwie nie aufgegangen ist und man es komplett umstellen musste und es irgendwie nie wirklich zu dem geworden ist, was es sein sollte. Ich glaube auch, das wird es ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass es ein ausreichend großes Publikum findet, um noch viel weiterentwickelt zu werden, weil weder ATS-Fans noch Hardcore-Aufbaufans werden es sehr mögen. ATS-Fans haben bessere Alternativen und der Aufbaumarkt boomt ja auch. Es gibt so viele coole, komplexe, tiefe Aufbauspiele. Es ist richtig Bedarf für coole, komplexe Aufbauspiele. Da umso unverständlicher ist, dass sie das nicht gemacht haben, wenn man sich halt auch anschaut, dass sie mit Anno selbst ja großen Erfolg haben. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es noch zu einem Happy End kommt für dieses Spiel. Wir werden trotzdem natürlich noch den finalen Test rausbringen. Wie gesagt, mein Eindruck hier ist noch nicht vollständig. Ich habe zum Beispiel eben die zweite Hälfte der Kampagne noch nicht gespielt. und wir werden euch auf dem Laufen halten. Also folgt uns, folgt GameStar.de. Ich selbst werde das Spiel auch noch weiterspielen auf meinem Twitch-Kanal, Maurice Weber. Bitte alle folgen, ganz toll. Und bis dahin, schreibt mir doch gerne, was ihr vom neuen Siedler haltet. Habt ihr es schon gespielt? Hattet ihr Probleme? Wie lief es für euch? Sagt mir Bescheid. Ich freue mich auf eure Meinungen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.